Hi, ich bin Maike. Viel Spaß bei meinem Showreel. Und ich biete Ihnen einfach an, so als Mediator vielleicht die Energie fließen zu lassen, okay? Vielleicht reichen wir uns eine Hand. Und wenn Sie sich drauf einlassen wollen, wir schließen einfach mal unsere Augen und lassen die Energie fließen. Ja, was gibt es über mich zu erzählen? Also ich heiße Maike Dusser, ich bin Schauspielerin, ich bin verheiratet und habe auch zwei Kinder. Ich glaube, die meisten Leute würden sagen, ich führe ein spießiges Leben. Lass sie los! Ich glaube, ihr soll die Schnauze halten! Lass sie sofort los! Ich muss euch am Reagieren! Lass sie los! Ich kündige, lass sie los! Ich habe auch ein Kärtchen dabei. Ich gucke mal gerade. Ich war bei Karl. Du bist krank, Lubbert. Krank? Mann! Kann es so schwer sein, seine Sachen wegzuräumen! Was heißt so kommen zu spät? Wie kann es so schwer sein, einmal pünktlich hier zu sein, wenn ich was Wichtiges vorhabe? Lea? Bist du das? Maria! Leck mich am Arsch! Wir haben uns ja ewig nicht gesehen! Ist das deiner? Ja! Darf ich mal anfassen? Ja klar! Diese zarte Haut! Und der drei Tagebart! Stehe ich ja total drauf! Natürlich können wir werden, was wir wollen. Aber wer von uns traut sich das schon? Wir müssen uns lösen vom alten Bild der immer gleichen Berufe. Uns davon freimachen und endlich das tun, was uns wirklich glücklich macht. Wir machen uns ja beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017